Bist du bereit? Ja! Da geht ja nicht die Münchner-Ausstellung vom Münchner-Mannchen! Ja! Ja! Und hier kommt die Einladung der Gäste! Das ist unser Peter! Und hier ist die Schlange, mit der wir um 15.30 Uhr beginnen werden. Mit der Nummer 1, der Kolomar der Kielbauer, Jan Vohr! Und hier Nummer 5, Karrius, Marri! Mit der Nummer 1, Rüks Gauw! Und hier Nummer 8, Julien! Der Mann mit der Nummer 10, Tiki! Mit der Nummer 13, der Kapitano, Lars Gielbauer! Und hier Nummer 17, Marri! Und mit der Nummer 23, Jonas! Und hier Nummer 25, Rami! Mit der Nummer 29, Jauw! Und mit der Nummer 30, das ist Nito! Mit der Nummer 20, Luka! Mit der Nummer 20, Luka! Mit der Nummer 20, Luka! Mit der Nummer.... Che�! Mit dem Nummer 20, Toni total, Wärme Elbe! Die Nummer 27, Roto! Und mit der Nummer 31, H 330,ILANDER overloadlich! Die Nummer 30, irgendwannk económische Musik! Die Nummer 30, das sind die Vorhaben! Und die haben geiste! s CHINYLIDIAY! UNBIG!